Das ist einfach unglaublich, dieser Mann rastet komplett aus, weil der andere Mann ihn die Vorfahrt genommen hat. Doch damit hat er nicht gerechnet, der andere Mann ist einfach ein Soldat und was jetzt passiert ist einfach unglaublich. Während der andere Mann komplett ausrastet, denkt der Soldat sich, er macht mal kurz das Fenster auf und zeigt, wer hier der Boss ist. Schaut euch mal sein Gesicht an. Oh mein Gott, das war richtig stark. Passt auf mit dem ihr euch anlegt.